So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources Ach, Dünger So, aber es läuft jetzt, ne? Wir sind hier fleißig am raushauen. Ach, guck mal hier, das ist doch wunderbar Was macht er hier? Versucht den Mist loszuwerden? Ja, ist klar Wie waren wir denn hier drin? Ach, guck mal hier, der ist immer noch so viel Vielleicht Kriegen wir den ja auch dazu Den guten Mann hier, was macht er denn hier? Wo fährt er denn hin? Müllhaldezug Rosthausen Ach, da fährt er auch hin, guck mal hier Aber den können wir ja ein paar Aufgaben mehr geben, sozusagen Ne? Dass wir sagen, ey, mein Freund Am liebsten würde ich den im Zugdepot haben, den guten Mann da Aber das klappt ja irgendwie nicht richtig, ne? Das ist das Problem Ähm, sonst fährt er die hier nochmal an und holt dann den Müll raus und fährt das an der Grenze raus Den guten hier Ich fährt nach Rosthausen jetzt hin, holt den Müll ab Warte mal kurz, den nehmen wir mal kurz hier zur Seite Ja, das ist voll bis oben zum Rand, ne? Also, wohin sollen wir damit? Wohin sollen wir damit? Wohin? Wohin? Dann machen wir das mal anders Bergdorf Müllhalle Dann fährt der, der muss ja einmal hier nochmal eine neue Tour fahren Und zwar Ich weiß nicht, ob das geht Der könnte normalerweise auch hier reinfahren, das holen, ne? Ne, dann wäre das zu voll, das funktioniert ja auch nicht Ich habe gerade überlegt, Mensch, den lässt du noch einen anderen fahren Wer hier reinfährt, den Müll holt, aber dann ist der hier in der Bremse, ne? Geht ja auch nicht Ne, wir brauchen den Zug hier, den guten hier Den lassen wir euch nochmal doppelt fahren Dann machen wir das mal so Pass mal auf, du fährst den mal hier oben hoch Mach, 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 so Dahin und dann an eine Grenze ran Weg mit Cheat Zack Einmal an eine Grenze, entladen So, und dann fährst du nochmal eine Tour Hier hoch Wapp Und an eine Grenze entladen Fertig mit dem Laden, dem Kram So Mach ich so, dann hat er wenigstens was zu tun Jetzt nehmen wir mal raus, was haben wir hier, hab ich mal auf, Müll, ne? Gemischter Müll Entladen Gemischter Müll Das sagen wir dann auch noch Dass ja nichts schief geht So, raus, 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 raus Ich weiß gar nicht, wie viele da waren Aber er ist auf dem Weg dahin jetzt, ne? Pass mal auf, der macht mal so um Fährt mal, fahr mal dahin Äh, so Jetzt hält er kurz an, überlegt Ach, geht er durch? Nein, der hält kurz an, ja klar Da muss man kurz überlegen, dann klappt das schon Ah, ja So Wir haben schon wieder 6, 6 Millionen auf dem Konto Das ist gar nicht mal schlecht Wir haben 30.436 Einwohner Immerhin 91 zufrieden Prozent So, und sonst? Bevölkerungsstatistik 110 Prozent Oh, wir, wir, wir fallen ab hier 2 Prozent Arbeitslosigkeit Wir müssen echt was tun, ne? Wir müssen echt was tun So, pass mal auf Und diese Sache mit dem Tun Wie viel ist denn hier drin, ne? Der Mist muss weg, ne? Oder du brauchst das Müllsystem direkt neu und größer irgendwo neu auf Die Städte werden ja auch nicht kleiner Hast du recht Vielleicht sollten wir uns da mal Kopf machen Ob wir das machen sollten Dass wir die Hier direkt mal, wenn man so will Ja, was wir hier sagen Sozusagen unsere komplette Recyclinganlage ist ja, ne? Hier ist ja alles drin Das würde uns ja theoretisch schon reichen Guck mal, jetzt ist hier Ruhe Jetzt ist hier echt wieder Ruhe, ne? Jetzt ist wieder Ruhe eingekehrt hier Ist ja nicht so, dass wir es nicht schaffen Die schaffen den Kram ja weg Das ist ja nicht das Thema Das, das kriegen wir ja hin Hier ist gerade ein bisschen knapp Was ist los? Zwei Leute nur, what? Das geht in die verkehrte Richtung, Freunde Das muss mal anders rumlaufen Jetzt geht's los, jetzt geht's los Ja, vielleicht, wie gesagt, müssen wir uns echt erstmal überlegen, dass wir das irgendwann mal umbauen werden müssen Man könnte ja das Ganze sozusagen alles hier rüber verschieben, ne? Hier rüber weiter hinschieben Ähm, weil wir haben hier auch irgendwo die U-Bahn Die bringt ja auch nochmal Leute her Und dann, äh, dass wir ein bisschen mehr Platz kriegen hier vorne für eine komplette Aber jetzt haben wir wieder Ruhe Jetzt läuft das wieder einigermaßen So Eine zweite Sortieranlage würde schon was bringen, jetzt Das stimmt Da hast du recht Aber andersrum, die kriegen das ja locker zurecht Wenn hier genug Leute drin sind, ne? Das ist das Problem Wir haben nicht genug Leute hier drin Ja, also die kriegen das locker, locker, locker flockig sortiert Das ist nicht das Problem So, ähm Was ist denn jetzt wieder hier los? Warum stehen die hier alle und warten auf das Schönwetterwert, oder was? Warum stehst du hier rum? Sieh bloß zu, dass du Land gewinnst, aber ganz schnell Aber ganz schnell Ach, das war der hier, der gebremst hat, ne? Wo kam der denn her? Ach, Rosthausen Station Ach, guck mal hier Nein, ne? Ach, wie niedlich Rosthausen Müll, wo ist das denn? Und der fährt das wohin? An eine Grenze ran Ach, das ist der hier, guck mal hier Der fährt das denn, den Überschuss fährt er weg Sozusagen, dass es nicht zu voll wird Dann hätte er es gar nicht gebraucht Das dauert ja Ewigkeit, bis der beladen ist Das ist das Problem Ob die das wirklich mit der Hand darauf schaufeln? Ganz furchtbar Na gut, so Ähm, soweit so gut Aber das sieht ja schon wesentlich besser aus Also der Stau ist ja weg So, der Stau ist nicht mehr vorhanden Doch, ist nicht, nein Die kriegen das gut hin So, Dünger haben wir auch da Das wird auch wunderbar weggefahren Ähm, jetzt ist hier Dünger drin Das ist nicht wahr, ne? Jetzt liegt da wieder ein Düngerködel drin Das ist doch nicht zu fassen Ach Gott Ja, warte mal Wo haben wir denn den? Ist das er hier? Da ist unser Düngerwagen Ja, den lassen wir mal losdüsen So Hallo Schneehals, schön dass du einschaust Herzlich willkommen Moin Moin Und einen schönen zweiten Advent So Aber jetzt das läuft Das klappt schon So, das geht gut So und hier unten läuft jetzt hoffentlich auch alles gut Wie ist das gar nicht mit der U-Bahn? Oh, die sieht aber gar nicht Schlecht aus Die U-Bahn ist fast fertig Die U-Bahn ist fast fertig Das ist fertig Hier sind sie Soweit Fehlt nur noch Kein Bauamt zugewiesen Warum nicht? Hier auch nicht Was? Warum nicht? Junge Warum nicht? Was ist das Problem? Kommt ihr da nicht hin oder wat? Wo ist denn unser Bauamt? Äh, unser Bauamt? Da Eisenbahnbauamt Wunderbar Eisenbahnbauamt Pass mal auf Freunde Kommt ihr da nicht hin? Warum machen sie das nicht? Weil Bau wurde ungebrochen Wenn ich euch jetzt sage Woher? Pass mal auf Viereinhalbtausend Doch die müssten da hinkommen eigentlich theoretisch, ne? Das ist doch fertig Oder nicht? Das ist doch fertig Das ist auch fertig So Das geht nicht Vielleicht war das tatsächlich zu weit weg Aber jetzt macht ihr euch auf die Socken, ne? Macht euch auf die Socken, bitte Tut doch wenigstens so aus, wenn ihr arbeitet Du macht schon Leute, fahrt los So schlimm kann es nicht sein Der macht nix Der macht nix Machen die alle nix, oder was? Das Ding ist voll mit Leuten Wir hoffen mal, dass die in Gang kommen Okay Mal schauen Dass die da in die In die Hufe kommen sozusagen Wäre ganz cool So, pass mal auf Was haben wir hier noch? Da ist noch Öl drin, ne? Wir produzieren wirklich schön viel Benzin Alter, guck mal hier, wie viel das ist Da können wir fast einen Zug losjagen Wieso ist denn auf einmal so, dass die das nicht mehr schaffen? Wieso schaffen die das Öl nicht mehr weg? Das ist ja kurios Andersrum, wenn ich da jetzt nen Zug hinschicke Der fährt zweimal und ist der Laden voll, ne? Warte mal, Sekunde Was ist hier wieder los? Das Ding ist voll Ähm Da ist das mit dem schwere Problem, was wir haben Die Jungs, die stehen wie der Nase Bohnen in der Nase rum Ja klar, können sie nicht Weil Absatzcontainer Die will er abholen, aber die sind leer Grenze anstatt Müllverbreinung, ne ist das nicht Haben wir den gar nicht mit drin? Wie das aussieht nicht Äh, nee, die da So war's ja auch, ne? Dann nehmen wir den nochmal mit rein Wollen wir mal ein paar Pause Sekunde Nehmen wir den nochmal mit rein Und sagen beladen mit gemischten Müll Prozentsatz 0 Fahren sie den auch noch mit an Ja nützt ja nix, ne? So fahr los Jungs Auf geht's Die brauchen nicht rumstehen Das tut gar nicht nötig So Dauert ein bisschen länger Das wir laden leider Aber das wirst wir machen Da kannst nix machen Das musst du, das ist halt so Jut, aber sonst so weit ganz gut, ne? Sonst irgendwie gemecker oder gequake oder sonst irgendwas Produktion angestellt, politik, hast du nicht so viele Kriminalität Wo war das denn? Äh, das kenne wir schon 12%, 12%, 12% Wir wissen da machen Das ist Ghetto Da können wir nix machen Fädenressourcester und Öl und Stahl und Produktion angestellt Und jawoll Und gar nicht gut Neues Fahrzeugtief verfügbar Oh, hier, was haben wir da denn? Für Rubelhubel Mats Da kriegst ein Mats Nicht schlecht, Herr Specht. So, pass mal auf, das läuft. Unser Futterkram, wie läuft das denn hier? Das ist leer. Das ist leer. Ja, ja, Speichermann. Mach schon. So. Und das ist, das sind noch 1300 drin, aber die werden ja abgeholt. So, die werden ja weggekarrt. So, und wir hoffen, dass wir uns dieses Jahr so ein bisschen erholen. Ein bisschen auf jeden Fall. Wir müssen hier ja noch was tun, ne? Wir wollen hier irgendwie ein Baubiro oder irgendwas bauen. Das muss hier ja auch noch irgendwie rein. Aber ich finde, so ein bisschen fehlt das in der Stadt, ne? Pass mal, wir müssen hier ein bisschen Farbe reinkriegen in der Stadt. Das ist ja furchtbar. Fächtepflanzen, Pappeln, was haben wir denn hier? Buche. Warte mal, ähm. Kiefer. Akazien. Busche. Ich meine, die Büsche finde ich manchmal ein bisschen riesig, ne? Kann das sein? Wir setzen mal ein paar Büsche hin. Geht das? Mal ein paar Büsche hier. So, ein bisschen hier so ein bisschen Büschili, dass sie sich auch verstecken können. Hier auch. So ein bisschen hier. Da können wir ruhig Bäume pflanzen, ne? Was haben wir sonst noch? Nehmen wir mal die hier. Hat man gleich gesehen. Oh, sind die weiß oder was? Oh, oh. Warte mal, sind die weiß tatsächlich? Oh, ja. Sind das, ähm. Was sind das denn für Bäume? Du, ja. Hab ich noch nie gehört. Rhododendron. Ah, okay. Ja, dann bauen wir so einen Baum. Äh, wir bauen. Ja, genau. Wir pflanzen mal solche Teile an. Oh, ja. Hauen wir mal hier so ein paar von den Dingern rein. So. Wäre bestimmt ganz interessant. So. Hier so ein bisschen. Muss mal ein bisschen was, ne? Da müssen wir hier ein bisschen Leben reinkommen, ne? Oh, ja. Das ist das. Jawohl. Die gute alte Fichte. Hier sind ein paar Fichtenpflanzen. Ist ja, ne? So. Hier auch. Jetzt können wir ruhig unten so ein bisschen verstecken, das Ganze. Okay. So. Hier vorne auch ein bisschen. Ne? Ist ja, zum Glück kostet das nix. Oder kostet das jetzt was? Ne, ne? Ne, das kostet nix. Ich sag ja, zum Glück kostet das nix. Nicht gradisch. So, hier müssen, ne? Verstecken wir das in einem Kiefernwäldchen. Dann kann man das nicht sehen. So. Schön. So ist gut. So. Hier oben wird auch... Ist das immer noch... Ist das immer noch... Wir können da locker flockig noch einen zweiten. Aber der muss... Der Müll muss mal raus hier, ne? Wir müssten da mal testen, ob der Müll irgendwie rausgefahren wird. Haben wir nicht noch einen... Wo fahren wir den ganzen Müll denn hin denn überhaupt? Ach stimmt. Der muss hier unten hin, ne? So war's. Ich weiß nicht, ob er das macht. Wo ist unser Verteilcenter? Momentan. Haben wir da einen Müllwagen überhaupt drin? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Wir haben, glaube ich, auch keinen Platz mehr für neue Wagen, ne? Ich glaube nicht mehr, oder? Wir können mal gucken. Vielleicht kriegen wir noch einen Müllwagen da rein. Müll, 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 Müll. Da. Das ist ein kleiner. 18 Tonnen. 37 Tonnen. Können wir noch... Drei. Drei Stück gehen wir noch hin. Super. Cool. So, jetzt müssen wir dem Knecht nur sagen, was er machen soll, ne? Die Frage ist, ob er dahin fährt. Pass mal auf. Du hast einen neuen Job. Und zwar... Vielleicht kriegen wir den gar nicht... Den kriegen wir tatsächlich zu fassen. Hier. Den Müll. Der muss nämlich ganz geschwind mal nach... Da. Kein Pfad zwischen... Wirst du mich verkohlen? Muss ich echt jetzt hier noch irgendwie da... In der Verbindung hin... Wrangeln? No, das ist nicht wahr, ne? Naja, gut. Was soll's machen? Was soll's machen? Meckern gilt nicht. Aber der soll da... Der soll nur entladen. Der soll da nichts laden. Verschickt per Schiff. Oh ja, das können wir auch mal machen. Müll per Schiff wegfahren. Das wäre auch nochmal eine Maßnahme. So, pass mal auf hier. Gleise. Kriegen wir irgendwie hier noch ein... Gleis hier raus? Ich glaube nicht, ne? Das werden wir, glaube ich, nie nicht hinkriegen. Ja, ist ja gut. Pass mal, ich möchte erstmal die Signale rausnehmen hier. Das da und das da. So, mal gucken, ob ich irgendwie ein Gleis hier rausgefummelt kriege. Guck mal her. So. Würde das irgendwie klappen? Es würde klappen. Problem ist nur die Straße halt, ne? Was für eine massive... Was ist das für ein Gewühle hier, ne? Andersrum, so viel Zugverkehr ist hier auch gar nicht eigentlich theoretisch, ne? Muss man auch nehmen mal die Straße weg. Nehmen mal die Straße weg. Die müssen... Die machen wir gleich nochmal neu. So, machen wir die Straße weg. Da hat doch zwei Anschlüsse. Ja, ist richtig. Problem ist aber nur... Warte mal, jetzt machst du mal aufweg hier. So, zack. Ähm, das Problem ist ja, der kommt da nicht hin. Da fehlt auch nur ein Zug. Also hier sollen ja nicht zwölf Züge fahren. Da soll ja echt nur ein Zug fahren. Mir soll es ja auch nicht. Aber dafür brauchen wir ja... Hier nochmal irgendwie Gleis raus. Guck mal, das kriegen wir hin. Da können wir rauffahren. Aber es hilft denen auch nicht, ne? Oder? Das ist eben ziemlich... Ponanz da, ne? Ich sehe auch nichts. Warte mal. Äh, da musst du wieder die Kettensäge rausholen. Das ist noch nicht zu fassen. So, ich muss mal gucken, ob ich mich mal versehen können hier. Zu scharfe Kurve. Beinemgang nicht erlaubt. Der ist auch mit nichts zufrieden, ne? Mit nichts zufrieden. Okay, da würde ich sagen, ist, 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 äh... Ja, dann machen wir das doch. Sieht ein bisschen komisch aus, aber mein Gott. Es gibt zu viele Sachen, die komisch aussehen. So, pass mal auf den hier und dort. Ich brauche deine Mitte nochmal einen rein. Bitte. Hallo. Da. So. So, pass mal auf. Das ist eine Riesenkreuzung, ne? Warte mal. Wenn wir hier noch eine... So, und so. Haben wir das ein bisschen unterteilt, ne? Hilft aber auch mit Schiss nicht, ne? Gar nicht weiter nicht. Deine Mitte rein, wäre ganz cool. Aber du willst nicht, ne? Nö, da hast du dir gesagt. Nö, weißt du was? So war heute? Nee, heute nicht. Egal, das ist normalerweise, dass es in der Mitte gedünnt ist. Ist auch Blödsinn. So, er kann auf jeden Fall wieder zurückfahren. So, das müsste gehen. So, bitteschön. Den auch. Hä, was bist du denn von mir? Ach, war gar nicht fertig. Jetzt aber. Ha, ha, ha. Okay. So, jetzt haben wir die beiden hier oben. Beladen mit gemischten Müll. Prozentsatz. Lassen wir mal 10% stehen. Entladen. Dahin. Und zwar gemischten Müll. So, hau rein, mein Freund. Mal gucken, was er macht. Ich glaube, das Problem ist, wir haben keinen Zug über, ne? Wir haben gar keinen Zug über. Ach, weißt du was? Wir sind ja sowas von... Wir sind ja nicht so knausrig. Ne, sind wir ja nicht. Wir kaufen halt geschwind einen neuen Zug. Ist überhaupt kein Problem. Da ist er doch schon. Ja, Mensch, gemischter Müll. Wir waren das ganz von oben. Das müssen wir uns aber kurz mal einmal angucken. Da bin ich mal entspannt, verspannt, gespannt. Und dann hat auf jeden Fall auch unser... Unser... Heiz... Kraftwerk was zu tun. Naja, und die Straße? Welche Straße? Ach ja, stimmt. Die Straße, da wollten wir auch was machen. Ach du Himmel, ja... Wer lässt sich... Wer lässt sich... Ich lasse mich eigentlich gar nicht ablecken. Ich mache ja immer konkret meine Aufgaben, die wir so besprochen haben. Das ist ja... Heute ist mal eine Ausnahme. Heute ist ja echt mal eine Ausnahme. So, fahr mal durch. Und wie er da durchfährt, ist das nicht... Also, ist das nicht... Also, das ist doch mal wieder mal richtig. Also, das finde ich auch. So, mach voll den Hobel. Wie lange dauert das? Hü-hot. Na gut. Na gut. Lass ihn mal machen. Wir gucken da jetzt nicht zu. So viel Zeit haben wir nicht. So. Wir wollten ja hier unten... Was war das hier? Ach, der Helikopter. Genau. Und die produzieren wie Harry, ne? Die produzieren auch viel groß. Ja, ja. Der kriegt das locker hin. Überhaupt kein Problem. Was haben wir hier? Da haben wir massig... Die sind auch... Da fehlen aber Leute, ne? Da fehlen wirklich noch ein ganzes Haufen Leute. Ähm. Was ist das hier? Ach, komm, Leute. Ohne Mist jetzt. Du fährst Uran. Erst fahren 72 Tonnen. Und dann... Wo fährst du das hin? Darunter. Ein Wagen. Das hältst du nicht aus. Ich hab euch doch... Hab ich euch das nicht gesagt? Wir müssen mal kurz hier reingucken. Und zwar... In der... Was ist das hier? Waggongröße. Zwei. Bestimmt. So. Minimal. Zwei. Ich meine, den Straßenanschluss für die Müllhalde... Ist da kein Straßenanschluss? War da kein Straßenanschluss? Ach, stimmt ja. Da muss er wieder... Ne, muss er aber nicht. Doch, hier unten. Doch, für die hier, ne? Für die Sondermüllgeschichte. Oh, oh, oh. Hast du recht. Ähm. Da hast du hier raus. Du. So. Und dann dahin, ne? So. Stimmt. Sonst haben wir gleich ein Sondermüllproblem. Gut. Es sollte auch für die... Ja, genau. So, das wird mir schön, ne? Das geht schön flöten, sozusagen, ne? So, der Rest funktioniert. So, jetzt müssen wir sehen, dass wir irgendwie hier was gebaut kriegen. Irgendwo hier. Hab ich mir so gedacht, ne? Aber warum haben wir uns gedacht? Nun geht das rumprobieren, nämlich los. Wie bauen wir was am besten? Ne? Dann nehmen wir erst mal die große Kette, die geht zur Hand. Und sagen wir mal ein bisschen Platz hier. Wir brauchen mal hier ein bisschen Luft. So, wir müssen einfach gucken, wo hier was ist, ne? Also wir müssen jetzt nicht alles roden hier, aber so einen großen Teil. So. Siehst du wohl? Das ist doch schon mal herrlich. Jawohl. So. Wir brauchen... Wir brauchen mal Lagerstätten ohne Ende, ne? So, und zwar... Wir müssen hier ja Kies runter haben. Und das haben wir gesagt, wir fahren mit dem Zug runter. Zug ist ja hier unten. Irgendwo... Ja, hier wird es aber schwierig, ne? Ach, wie kriegen wir denn hier noch da? Könnte man eventuell? Ich weiß nicht. Vielleicht ja doch, oder nicht. Man könnte hier noch... Weil die Zuganwendung ist ja da. Dass wir hier Kies und Holz rankriegen. So, und den Rest... Den Rest müssen wir fahren wir runter. Das dauert eben ein bisschen länger. So. Wir brauchen auf jeden Fall... Tunnel. Genau. Wir brauchen Tunnel. Ich meine, das wäre auch mal eine Maßnahme, ne? Alles unter Tunnel, sozusagen. Die Maulwurf City. Ne? Alles nur noch mit Tunnel. Unterm Fluss. Tunnel. Du willst überall Tunnel bauen. Du weißt, dass Tunnel teurer ist, ne? Wie eine kleine Brücke. Aber ich meine, also wir haben jetzt... Wir haben die Kohle ja. Wir können ja mal richtig jasen mit dem... Ach, du weißt was? Ach, überhaupt kein Problem. So, pass mal auf. Wir brauchen erstmal... Wir brauchen... Was haben wir hier? Lager für Fahrzeuge. Lager für Fahrzeuge brauchen wir nicht. Freilager klein. Das ist gar nicht mal schlecht. Das brauchen wir für Stahl und für Ziegel, ne? Die Ziegel müssen wir auch hier runterkriegen. Wir können ja einige Sachen... Was brauchen wir noch? Holz... Wäre da auch möglich... Bretter. Bräuchten wir ja auch. Den Elbtunnel. Wir brauchen den Elbtunnel. Das Nadelhöher in den Norden. Oder wie anders auch in den Norden. Freilag groß. Tausend. Hier, das ist ein ordentlicher. Da sind wieder die Anschlüsse, so Panne. Was haben wir sonst noch hier? Den hier. Ja, der ist ja gar nicht mal schlecht. Ich würde sagen, den nehmen wir. Schön groß, ne? Den nehmen wir groß. Äh, den nehmen wir. Den nehmen wir groß. Den nehmen wir. Das tun wir. Ähm, ich setze ihn einfach... Was? Ich mache mal hier das aus, damit wir einmal ein bisschen planen können, ja? So. Das wäre unser Lager für... Für alles. Weil wir können hier ja Stahl lagern und wir können den ganzen Kram, was wir so brauchen, ne? Stahl können wir da lagern, Plattenbauteile lagern wir da. Wir lagern die Ziegel, werden wir auch da ein bisschen lagern, weil Platz genug ist da. Und, ähm, von mir aus auch die Bretter, wenn es geht. Bei Holz brauchen wir nicht, wir brauchen nur Bretter, ne? Zu viele Kriminalität. Kriminelle. Ja, ich weiß. Das ist, ähm, ja. Wir können da nur irgendwie nichts dran ändern. Ich mache mal hier auf Pause, so. Damit wir auch ein bisschen Ruhe haben. So. Das Ding ist fertig. Jetzt bräuchten wir noch was anderes, und zwar ein Warenhaus. Warenhaus. So, was brauchen wir... Was lassen die Medaillen drin, ne? Elektrische Bauteile brauchen wir dafür. Wir brauchen... Ach, Chemikalien können wir auch da noch runterfahren, ne? Hätten wir die auch hier unten? Das wäre dann unsere ganze Chemikaliengeschichte und Bauteile, und hast du nicht gesehen. Aber das ist ziemlich groß, ne? Business ist übertrieben groß. Alkoholkleidung und so Kram kriegen wir sowieso hier runter. Das ist ja nicht das Problem. Warte mal, elektrische Bauteile. Da kommt mir gerade ein Gedanke. Wir haben doch hier ein schön riesiges Teil. Da können wir doch auch solche Sachen runterschaffen. Elektronische Bauteile brauchen wir ja auch ein bisschen. und warum ist hier keine Elektronik? Wo ist die Elektronik? Weil dann könnte man die elektronischen Bauteile auch hier lagern. Das wäre nicht das Problem. Bloß, wie kommen wir da ran? Das ist ja hier unten. Die liegen, glaube ich, hier rum, ne? Elektronische Bauteile. Da sind sie. Die werden produziert. Äh, wo war denn das hier? Kunststoff? Ne, warte mal, wo werden die gebaut? Da, ne? Aktuell ist es halt keine Arbeiter. Leute! So geht das nicht. So können wir nicht reich werden. Ja, aber sobald die U-Bahn fertig ist. Sobald das hier fertig ist, weißt du, dann können wir, dann schicken wir die U-Bahn mal hier runter. Mal gucken, ob das denn besser wird. Höchstwahrscheinlich nicht. Höchstwahrscheinlich nicht, weil dann müssten wir hier oben noch, äh, Wohnungen bauen. Also hier auf jeden Fall. Das Ding ist fast voll. Guck mal hier. Ui, ui, ui. Ah, da passt noch. Boah, da passt noch was rein. 25 ohne Job. Aber lass mal erstmal die U-Bahn laufen, ja? Lass mal erstmal die fahren. Dann sieht die Welt ganz anders aus, du. Das kannst du ja garantieren. Dann fahren die auch bis da runter. Mal sehen, vielleicht, hoffentlich bleiben die auch dann im Zug und nicht, werden nicht unterwegs. Ja, gehen sie nicht unterwegs oder so. Ähm, wir werden das halt eben dann, ja. Ich hoffe, die verkaufen wir nicht, die Sachen. Verteilung Chemieproduktion. Chemieholz. Was macht ihr denn? Erstmal gucken, was die hier machen. Ähm. Ach, die bringen hier Chemie runter. Was ist das denn hier? Produktionsstadt. Verteilbüro. Ihr holt was ab? Wir laden Verschrottungsanlage klein. Lagerhaus. Elektronik. Das hier. Die entladen Elektronikbauteile. Warum machen sie das? Weil, die wird doch hier, die wird doch hier produziert. Wobei laden die das da? Hä? Auf jeden Fall müssen da mehr Leute rein, damit das hier, damit das hier rund läuft. Weil wir, wir verkaufen den Kram hoffentlich nicht, ne? Äh, haben wir irgendwie Kornfreilagerproduktionsstadt, hast du nicht gesehen. Bergdorfaufbereitung. Da. Was wird denn da? Platt Kunststoff wird ja verhückert. Gut. Ja, das auch, mehr, mehr soll auch nicht verkauft werden. Um Gottes Willen. Lagerhauselektronik. Was ist das hier? Beladen mit elektronischen Bauteilen. Und mit Elektronik. Wo fahren sie die denn hin? Wo fahrt ihr die hin? Elektronische Bauteile. Fahrt ihr wohin? Ach, das ist in der Stadt oben. Da oben. Ja, übersichtlich, was da drin ist, ne? Das muss ich echt mal festhalten. Leute, Leute, das ist aber echt mager. Ich glaube, die sind ja auch im Meckern, ne? Oder? Nee? Ich hätte es gewundert, dass sie gesagt haben, wir haben keine elektronischen Bauteile. Was ist los? Läuft der U-Bahn-Bau denn noch? Das hoffe ich auch ganz schwer. Wir können ja mal kurz gucken, ob der hier was macht. Wo war denn das? Hier, ne? Ne, warte mal. Wo war denn das? U-Bahn, U-Bahn, U-Bahn. Da. Ja, ja, der ist am Bohren. Jo. Ja, ja, die sind am Rühren. Wie die Großen. Speicher, Speicher, Speicher. So. Ne, was, was? Dann holen wir das per LKW runter. Fertig mit dem. Dann haben die was zu fahren. Das ist ja auch nicht so das Schlimmste. Das Wichtigste ist mal, dass wir hier unten erst mal das zum Laufen kriegen hier. Genau, dass wir hier nochmal ein Lager rankriegen. Wo haben wir das Lager? Warenhaus. Wir brauchen nicht so ein extrem, so ein riesiges, ne? Das reicht sowas hier, oder? Nicht, ob das reicht, ne? Ich meine, das ist auch schon groß genug. Ich auch schon groß genug, das Ganze. Wollen wir mal so rum. So rum ist auch doof, ne? Wir müssen da hin. So, Sekunde. Sorry. So, pass mal auf. Wem bauen wir das Teil doch hier hin? Das wäre doch gar nicht mal so verkehrt, so. Ein bisschen, ähm. Nee, warte. Spielt auch keine Rolle, ne? Wir müssen sowieso mit Verlade-Geschichten arbeiten. Warte mal, reicht das nicht, wenn wir da einen in der Mitte bauen? Das müsste doch lang, oder? Das müsste doch reichen, wenn wir hier in der Mitte eine Verladestation bauen. Da können sie alle rankommen. Warte mal, Verlade, 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 Verlade. Wo war das Teil? Da, LKW-Laderampe. So ein Teil. Ach, Mist, ist nur eine Seite. Das wäre jetzt cool gewesen, wenn wir da beide Seiten mit hätten verarbeiten können. Auch können wir eigentlich. Das könnten wir theoretisch so bauen. Das weiß ich nicht, das ist, ähm. Doch, wir machen das mal. So, zack. Und dann die... Wo ist das hier? Das Warenhaus. Kommt ja mal hier ran. Wo ist denn hier die Straße? Die hätte ich gerne so rum. Irgendwie... Irgendwie... Irgendwie ist das alles nicht so... Das... Oder? So. Zack. Schön kompakt. So, jetzt nehmen wir an die diesen... Einen Zippel da noch raus. Der braucht da nicht sein. Wo ist der jetzt hier? Der? Der muss da raus. Den brauchen wir nicht. Jetzt nehmen wir nochmal die Straße raus. Und zwar... Bis, äh... Da ran, ne? So, zack. Das passt. Und das passt auch. So. Hätten wir das vielleicht mal zusammen. Jetzt bräuchten wir natürlich noch Baubüros und sowas alles, ne? Haben wir ja noch Baubüros und dann können wir das auch noch gleich mal anbauen. Aber pass mal auf, wir bauen das mal hier fix mit, äh... Ja, innen wir hier rubeln, ne? Rubel, hubel, bauen wir fertig. Dann haben wir... Die Folge ist auch schon wieder durch. Da sag ich doch mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir weiter hier. Bis dahin. Und, ne? Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.